Mein YouTube, schön wieder da sein, seine neue Folter. Adventskalender 20, 22, Tütchen Nummer 23. 23. Oh, Alter. 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 Alter, das wird dann laut. Ich fahr nicht mehr, da kommt Sinterklaus, da kommt Sinterklaus in einem Tag, da kommt Sinterklaus. Geh mal, Tütchen holen, los. Wir müssen arbeiten. So, meine Freunde, so sieht es aus, wenn wir uns freuen. So, und jetzt suche ich die Bauernleitung. Und ja, ihr seht, der Drucker druckt schon wieder für die Wand. So sieht es aus. Genau, wo das hinkommt, ich weiß es noch nicht, aber da wird definitiv noch umgebaut. Und ja, so, 23, 23, mein Schatz, haben wir. Nein, wie 30? 23, du Pappnase. Ein Tag noch. Dann ist heutig Abend hier. Hör mal. Hör mal, du auch. Du hättest nicht frech werden, ne? Du hättest auch. Nicht frech werden, hab ich gesagt. Und ich hab das auch. Hör mal, mach noch einen Brecher. Deine Finger sind zu weich dafür. Und? Sonst? Nicht gut. Nicht gut, ne? Ja, dann. Nächstes Mal muss ich dir hier noch. Das ist genau ein Teil jetzt. Weiß ich. Einen Teil? Ja. Und morgen kriegen wir zwei? Ja. Und dann sind wir fertig? Ja. Ehrlich? Ja. Wahnsinn. Hier. Du musst da was abknipsen. Hast du dein Werkzeug? So, Moment. Jetzt lass uns mal kurz gucken. Da ist aber noch was. Das kannst du auch so abmachen. Wisst ihr? Nein, du bist so gut. Bist du gut. So, Leute. Jetzt habe ich mir, wollte ich gerade den Schlepper nehmen und was passiert? Die Achse ist wieder aufgegangen. So. Also, machen wir jetzt erst mal wieder die Achse dran. Nein, ich weiß ja, wie sie dran muss, mein Schatz. Und du kannst schon mal gucken, wo die rote Fahne hin muss. Die rote Fahne? Nein, du kannst ja auch so gut gucken. So ist das. So rum. So muss das. So muss das. So muss das. Vor allem verstehe ich gerade nicht. nicht er hat okay so wie muss es hin da und dann muss das muss das da rein würde ich sagen doch nicht wie Hä? Wie? Boah, wie soll das denn? Denn... Wieso denn so das? Das? Wieso denn so das? Das ist so weit entfernt von dem, was ich gesagt habe. Das ist der ängstliche Tief. Hoch. Gut. Gut. Mua. Au. Ha? So. Mua. So meine Lieben. Wir haben es doch geschafft. Ganz schnell. Da ist es. Und das war das rote Teil, was wir jetzt dran gemacht haben. Ja, und jetzt haben wir nur noch eine Kleinigkeit, die wir euch heute noch einmal mit auf den Weg geben. Und dann morgen ein letztes Mal. Also. Hört genau zu, was Luca euch zu sagen hat. Abonnieren. Tönt die Torte. Sonst hättet ihr auch deine Videos mehr verpasst. Genau so sieht es aus. Also, meine Lieben. Wir sehen uns morgen zur letzten Folge vom Adventskalender 2022. Türchen Nummer 24. Also, schaltet ein. Seid dabei. Denn wir gehen morgen live. Wie immer. Und dann gibt es die letzte Adventskalenderöffnung für euch. Nummer so. Euer Kolke und Luca. Luki. Tschüss